Ah, sorry Sir, nur Chirurgen. Alles klar, zack. Ja, wir sehen 1A wie ein Chirurg aus, auf jeden Fall. Wie ein Hausmeisterchirurg. Hey Larry, neue Frisur? Was haben wir hier? Oh, ein Defibrillator. Aber da sind doch Zeugen gerade überall. Wir können doch jetzt nicht... Wir können doch jetzt Dr. Hawkins nicht killen hier. Ah, da müssen wir jetzt die Patientin, die da hinten liegt, müssen wir da vielleicht mit dem Defibrillator was machen. Damit Dr. Hawkins angeschissen kommt. Ah, jetzt pull the plug, okay. Hide. Ah, hier. Da kommt er. Okay. Schnellen Schrittes. Ah, aber Electrocuten hatten wir ja schon mal. Alter, zwar nicht auf die Art und Weise, aber wir hatten das schon mal. Alter. Metal Militia. Uh, Mad Jacks Bar. Wir legen uns hier mit Rockern an, mit Bikern. Das ist, äh, entweder sehr mutig oder sehr lebensmüde. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Metal Monday, okay. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt hier versuchen durch den... Geht sowieso nicht durch den Haupteingang. Okay. Ich dachte nämlich, wir würden, wenn, dann hier durch. Top B, okay. Da sehen wir nix. Ja toll, ich... Ja super. Jetzt habe ich das Licht ausgemacht, aber jetzt sehe ich ja selber auch nix. Suchst du mich, Arschloch? Ah, es schnappt ihn, Jungs. Okay, Alter. Ah, fuck, er hat mich erwischt. Er hat mich erwischt. Was sind wir für ein schlechter Psychokiller? Da wäre Michael Myers wieder nicht so stolz auf uns. Ja, los, komm, komm, komm. Get him, boys. Ja, 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 komm. Ja, so. Ah, fucking. Okay, das, äh... Dieser Bossfight wird nicht einfach werden. Ja, get him, boys. Ja, komm. So, weapon broke. Oh, 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 oh. Ach, fuck. Oh, fuck. Alter, wie viele kommen denn da? Waffe dann kaputt ist doch kacke dann. Okay, dann versuch ich das mal so hinterher. Ich hab so das Gefühl, die kommen unendlich und man muss irgendwas anderes machen. Ja, man muss garantiert irgendwas anders machen. Doch nicht. Nutzlose Idioten. Ein Crossbow hat da einfach mal einer bei gehabt. Alter, was? Einfach mal mit einer Armbrust. Geht zurück, verschwinde. Ich war es nicht. Alter, ja, wie viele Bolzen sind da drin? Alter, also vollautomatische Armbrust. Interessant, jetzt auch wieder. Wir haben noch schießen wollen, obwohl es schon leer war. Wir haben richtig, richtig Hass auf diese Menschen. Kill them all. Ah, ne, kill them all. Achso, okay. Wir haben wirklich... Ah, ich sehe schon, wo wir stehen. Okay. Wir haben wirklich richtig Hass. Aber warum? Ah, ich bin so... Ich bin echt so gespannt auf die, ähm... Ja, auf die Hintergrundgeschichte dieser Figur. Dieses Killers tatsächlich. Ich bin total begeistert von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich bin echt total begeistert von dem Spiel. Es sind ja nicht gerade wenige Leute, die wir töten, ne? Also... Na, ich hab's mir... Ich hab's schon gedacht, das ist nicht der echte. Flashbang out. Was? Flashbang? Oh, achso. Leuchtgranate. Okay. Ich bin weg. Alter, da kommt ein Sondereinsatzkommando. Er ist weg! Ausschwärmen! Ähm. Den Hammer haben wir noch. Den Hammer haben wir noch. Okay. Oh, nicht gut. Kommt der auch hier rein, oder? Okay, hier können wir uns verstecken. Oh, alles klar. Ah, wie cool. Ah, ich hätte ihn killen können. Verdammt. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre, wenn da Zweie sind. Oh, mein voll das Gesicht weggenatzt, ey. Okay, oh. Kommt der andere jetzt auch nochmal hier drin vorbei, oder? Wie sieht das aus? Hier kommst du nochmal. Ja, er kommt nochmal. Das müsste aber schlecht sein, oder? Wenn er jetzt seinen Kollegen da sieht. Alter. Okay. Oh, oh, ich möchte diese Kuscheltierchen haben. Oh, sind die süß. Die sind ja wohl super niedlich, Alter. Die Ente. Wie geil. Oh, 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 oh. Oh, okay. Alter. Hey, Kids. Ich bin Larry. Okay. Breaklock. Möchten wir das denn? Das macht doch krass. Oh, 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 oh. Ah, fuck da. Alter, kamen da noch viele nach. Alles klar. Also nicht sofort den erstbesten Kill, der uns da vor... ...vor den Hammer läuft. Oh, ho, 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 alles klar, okay, alter. Okay, naja, die sind noch zu dicht beieinander, die sind, naja, die sind alle sehr dicht beisammen. Oh! Haha. Haha. Okay, die anderen beiden kommen nicht mehr, oder was? Okay. Langsam, langsam vorwärts arbeiten. Oh, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Zum Glück haben die nicht die Taschenlampen, die dieser Typ auf dem Fischerboot hatte. Das wäre, da wären wir nämlich jetzt richtig gearscht. Oh, okay. Und zum Glück reagieren die nicht, wenn die da ihre toten Kollegen auf dem Boden sehen. Bäm! So, das wüssten sie, glaube ich, alle gewesen sein. Naja, ich laufe trotzdem halt noch ein bisschen vorsichtig. Okay, es scheint so, ob wir die auch hätten am Leben lassen können. Na, ich glaube nicht. Nein, nein, dann hätten die uns erwischt. Door locked, okay. So lassen sie einen dann Batman filmen, oder was? Ah, ich bin so fertig mit diesem Bullshit. Alter. Der hat sich doch nur eine geraucht. Break in, okay. Go inside. Ähm. Ähm. Take hostage, okay. Shoot him! Achso, jetzt habe ich auch... Ach, jetzt kann ich hiermit dann so schießen, okay. Boah! Ja, ey! Alter! Downstairs? Okay, es geht nur downstairs. Da ist SWAT. NPD, genau. HPD Ghost. Ja, von Scream. Okay, alles klar. Drive off. Okay, wir wollen anscheinend mit dem SWAT-Wagen auftreiben, also wegfahren. Alter! Keine Sorge! Sie sind hier sicher! Ja, ich sehe das da ein bisschen anders. Okay. Einfach drübergerollt. Ah, ganze SWAT-Einheit haben wir auseinandergenommen. Wir sind gut. Gut. Happy Hills Vice. Sehr schön. Ich mag den Investigator. Ich mag das auch, dass man den dann ab und zu spielt. Finde ich echt total gut. Okay, jetzt sind wir wieder hier auf der Elm Street bei dem Verbrechen. Oder bei dem Mord oder whatever. Ah, verdammt. Armer Martin. Good morning, Brian. Armes Mädchen. Ist in ihren Tod gestürzt. Ja, ja, das ist sie. Ich dachte, das wäre ein Kühlschrank. Aber anscheinend ist das die Eingangstür irgendwie so ganz komisch. Ah, I am sorry. Es tut mir leid. War das ein Unfall? Ja, das ist... Aber... Ja, was heißt ein Unfall? Ich meine... Wir sind hier mit einer Pipe hinterher. Wir haben hier den Baseballschläger am Kopf geworfen. Also ein Unfall? Ein Messer mit ihren Fingern abdrücken. Ah, ein Klassenfoto von Madison Wait a Minute. Das sind die meisten der Opfer. Die Schule ist vor einem Jahr niedergebrannt. Ah, das alles ist miteinander verbunden. Sind wir etwa gebullied worden von denen? Sind wir so ein Mobbing-Opfer? Okay, alle Opfer sind zu West Pine High gegangen oder hatten einen Job dort. Die Schule ist vor einem Jahr niedergebrannt. Unbekannt wird durch unbekannte Gründe. Jeder hat es rausgemacht. Lebend. Nur einer nicht. Der Hausmeister John Waite. Sein Körper wurde nie gefunden. Sind wir Opfer eines Streiches dann vielleicht geworden, sowas? Könnte der Killer John Waite sein? Der auf Rache aus ist? Dann blämt er. Also macht er die Opfer verantwortlich für seinen Tod, in Anführungszeichen? Er schien Madison zu mögen. Warum hat er die anderen alle gehasst? Die Schule gibt es immer noch. Seit einem Jahr nicht berührt. Ich werde mal hingehen, um nachzusehen. Okay. Ah, ich komme. Der Part wird jetzt, glaube ich, ein bisschen länger dann mal, eventuell. 30. Juni 1982. Oh, das sind wir. Äh, das Geschenk wollen wir, glaube ich, tatsächlich nicht aufmachen. Go inside. Ja, wir können nur dort. Okay. Did you leave a disgusting gift again, John? Hast du wieder ein, äh, disgusting, ja, also ein ekelhaftes, ein verstörendes Geschenk hinterlassen, John? Also wir sind anscheinend verliebt, aber wir werden halt nicht ernst genommen. Äh, er ist so eklig. Bleib aus der Teacher's Lounge raus, du Freak. Also Teacher's Lounge ist aus dem leeren Raum quasi. Na, geh die Toiletten sauber machen, du Idiot. Okay, na guck mal, das sind die alle. Okay, ey, mach diesen Scheiß hier sauber. Guten Morgen, Mr. Bait. Ich mag deinen, äh, ich mochte, weil ich liebte dein Geschenk, ihr Geschenk. Danke ihnen. Ja, sie war die einzige, die nett war, tatsächlich, ja. Lass das Mädchen in Ruhe, Arschloch. Okay. Ja, da haben wir dann auch so ein Bild von ihr. Wir werden zusammen sein, eines Tages. Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Okay, da brennt es und wahrscheinlich ist unsere Tür abgeschlossen. Noch kann ich mich nicht bewegen, ich kann nichts machen. Irgendwie. Ne, geht ihm wenigstens. Okay. Aha. Dude, du hast den ganzen Platz auf Feuer gesetzt. Scheiße, Mann, ich wollte nur, ich wollte ihn nur verarschen. Helfen wir dem Freak? Ach, wer interessiert das? Lass uns raus hier. Irgendwie jemand? Hilfe! Okay, ja, das ist so ein typischer... Hilfe! Helft mir! Das ist so ein typisches... Wie so ein typischer Teenie-Slasher aufgebaut würde. Finde ich gut, mag ich, finde ich super. Need your maker. Also triff deinen Erschöpfer, triff deinen... Ja, Erschaffer. Okay. Okay. Okay, wir müssen die Fallen setzen. Okay, eine Bär-Trap nehmen wir mit. Mehr geht noch nicht. Die setzen wir hier hin. Können wir noch irgendwo? Da auch, okay. Da laufen die dann auch einfach so rein, oder was? Ja gut, mehr geht noch nicht. Nee, mehr geht jetzt hier nicht. Wir konnten jetzt nur diese Bär-Bär-... Achso, eine Waffe holen. Okay. Das graunte Finale. Fünf Minuten früher. Oder fünf Minuten vorher. Oh, ich mag den Investigator. Ich hoffe, der stirbt nicht. Ja, ich mag aber auch den Killer. Ich hoffe, der stirbt nicht. Okay. Z-Shoot-Lock. Wir gehen natürlich alleine dahin. Ohne Verstärkung und ohne... Ja, natürlich. Ich muss mich verarschen. Ach, du Scheiße. Ah, ich hätte vielleicht erst noch weiter vorher gucken sollen. Okay. Bis... Bis... Wir evaden dann den Traps. Okay, okay. Ja. Obwohl... Ja gut, wenn wir jetzt da reinlaufen, dann sieht wahrscheinlich nur so ein Try again... Oh! Alter. Okay. Aber es war schon trotzdem so... Okay. Können wir eben nochmal einmal gucken hier? Ne, hier ist nichts anderes. Okay. Gut. Ich denke mal, dann bewegt wir uns tatsächlich auf das Finale zu. Und das Spiel wird gleich zu Ende sein. Äh, ich finde das echt super. Das war aber echt mal... Das war mal echt eine geile Erfahrung. Das war mal wirklich ein richtig geiles Spiel, fand ich. Finde ich. Das muss sein, wo er lebt. Ja, ich glaube auch. Hat er Aufnahmen von seinem Mord gemacht? Kranker Bastard. Sieht so aus, als ob er durch den Lüftungsschacht gegangen wäre. Das ist eine Falle. Detective, das ist eine Falle. Ah, geh doch nicht da hinterher, das... Oh! Ich komme dich holen, Detective. Oh, oh. Oh, oh. Oh, die Sache ist mal besser. Oh, du Scheiße. Das heißt, es kommt ja mal von der oder mal von der. Oh, oh! Fuck, war der nah dran auf einmal. Scheiße. Uh, okay. Die Frage ist, wenn wir jetzt einfach hier stehen bleiben. Mal muss ich mit meinem Wim... Oh, nein, da war... Scheiße, ah, fuck. Okay. Ah, fucking... Ich habe es dir doch gesagt, Detective. Geh da nicht rein, das ist eine Falle. Idiot einfach, ey. Die Frage ist, kommt er... Ja, okay, dann... Kommt er jetzt auch von der Seite oder... Ist das Zufall? Wow! Huh! Das war knapp. Boah, die Musik. Ja, klar, als wäre es noch nicht intens genug hier. Boah, der wird auch immer schneller. Hör auf, Alter! Verreckt doch... Nein! Fuck! Okay, pass auf, das erste Mal kam er von hier. Schauen wir mal, ob das... ...quasi gescriptet ist. So, da müsste er jetzt von hier kommen. Und zwar die nächsten Male, glaube ich, von hier kommen, ne? Nein! Ah! Okay, ist also nicht, äh... Kann man sich also nicht drauf verlassen. Von woher kommt, alles klar. Besser wäre es natürlich, wenn wir uns jetzt ne... ...wenn wir jetzt ne Wand hätten. An die wir uns stellen könnten, dass wir ne Wand im Rücken hätten. Das wäre natürlich gut, ne? Was? Es kam er von da? Boah. Okay, das kann dauern. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Aber das erste Mal kommt er von hier. Okay. Die Sache ist ja, dass er teilweise so schnell wird... ...und dann so nah dran ist. Das heißt, man hat nicht so lange Zeit... ...in eine Richtung zu gucken. Nein, nein, nein! Dreh ich um! Oh! 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 Oh, fick dich! Nein, 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 nein! Oh, scheiße! Alter! Alter! Das ist doch nicht normal, ey. Das gibt's doch nicht. Der kommt dann beim letzten Mal so flott angerannt einfach. Oh! 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 Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon versucht hab hier. Ach, Mann, ey! Das gibt's doch nicht. Immer in dem Moment, wenn ich mich umdrehe, ist er schon bei mir. Ey, so schnell umdrehen kann ich mich doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Heftig einfach. Wie schnell der kommt dann? Man dreht sich um, dann ist er auf einmal schon da. Das ist doch nicht normal. Das ist doch kacke. Und das ist bestimmt immer der letzte Treffer, den ich noch brauche. 100 pro. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Boah. Neun. Alter! Ja! Ja! Endlich! Ich hab mich auch nur ungefähr 10 oder 12 Versuche gekostet. Boah. Boah. Nun. Hat da eine Untersuchung gemacht, Slick? Es tut mir leid, Ihnen das zu sagen. Ihnen das zu sagen, müsste Pawalski. Aber der Körper. Er ist weg. Pawalski so. Aber der Körper, er ist weg. Der Körper ist was? The Happy Hills Homicide. Boah. Geiles Spiel. Das Spiel hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Made by Daniel. Weltding. Auch die Musik davon. Sounds by Left4Dead2 und freesounds.org oder was da stand. The End? Ich glaube nicht. Sehr geiles Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Bis auf diesen Finalkampf. Den fand ich doch leider eher anstrengend und nervig. Und ich hoffe, ich habe aufgenommen. Ich hoffe wirklich, ich habe aufgenommen. Oh, bitte. Ich habe aufgenommen. Aber ansonsten war das Spiel total geil. Wie gesagt, kostenlos auf GameYold. Link in der Videobeschreibung. Aber das war es dann jetzt für dieses Spiel. Ja, war mal ein Erlebnis. Schön. Ich danke fürs Einschalten. Ich danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.